Liebe Freundinnen und Freunde der Kunstkantine, herzlich Willkommen in Hamburg-Hafen-City. Ja, leider sind wir immer noch in Lockdown und ab heute, heute ist der 19.01.2021, gibt es wahrscheinlich auch noch neue Einschränkungen. Und dadurch, dass wir natürlich nicht unsere Venissagen machen können, dass sie unsere Künstler selber persönlich hier kennenlernen und dass sie die Bilder persönlich sehen können, machen wir das so regelmäßig, dass wir unsere Künstler zu ihnen nach Hause bringen und in allen Online-Portalen, natürlich in YouTube, in Instagram, in Facebook und natürlich in unserer Lissi's Art-Galerie online können sie unsere Künstler anschauen und die Bilder sehen. Und ja, das finde ich ganz toll, dass sie das auch so unterstützen. Letzte Woche waren ganz, ganz tolle, viele Abonnenten wieder bei YouTube, hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank erstmal dafür und heute haben wir eine Künstlerin in unserem Online-Galerie. Wir wollten natürlich auch Venissage machen und Ausstellung und das machen wir wahrscheinlich hoffentlich dieses Jahr. Bis jetzt ist es nicht da. Manuela Rathjens, herzlich Willkommen, Nissis Kunstkantine Manuela. Danke, Nissi. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Manuela, also jetzt kommen die Künstler natürlich hierher und stellen sich einfach vor, du bist jetzt in unserer Online-Galerie schon ein bisschen längere Zeit betreten, stell dich doch mal vor, meine Kunstinteressierten, Kunstsammler, Freunde der Kunstkantine kennen dich noch nicht persönlich, weil wir noch halt natürlich keine Venissage hatten. Wer ist Manuela? Erzähl doch mal. Ja, wer ist Manuela? Manuela, ich bin 59 oder ich werde im Februar 59 Jahre alt, also das ist nicht mehr lange hin, noch knapp drei Wochen oder ein bisschen mehr über drei Wochen. Und ja, ich bin seit 2010, habe ich offiziell mein Atelier eröffnet, Atelier Manu, und bin dann als Artillerista mit einer kunstpädagogischen Ausbildung in die Malerei gestartet und wollte eigentlich ursprünglich mit anderen malen. Ja, und durch dieses mit anderen malen, ich habe dann ein privates Studium bei einem Maler an der Komothesis Kunsthochschule absolviert, habe viel, viel dazugelernt, habe gelernt, wie man komponiert, wie man Techniken anwendet und konnte das natürlich auch meine Schüler weitergeben und dann plötzlich passierte was, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, dass meine Bilder angefragt wurden und immer mehr und immer mehr. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich die Workshops eingestellt habe. Es sind nur noch immer mal wieder meine Kursteilnehmer, die schon seit vielen Jahren da sind, die kommen alle 14 Tage mal zum Malen. Ja. Ansonsten widme ich mich ausschließlich meinen Werken. Ja. Und so erfolgreich, dass ich letztes Jahr gedacht habe, oh Gott, was passiert hier? Also es ist schon immer mehr geworden, immer mehr. Und letztes Jahr war also absolut... Hast du unglaublich viel verkauft? Ja, sehr schön. Du hast den Erfolg gehabt und du hast dann auch erzählt... Ja gut, du bist natürlich ganz viel... Den Erfolg hast du mir erzählt, du bist natürlich viel unterwegs. Ja. Du hast viele Ausstellungen gemacht, sogar... Weit über 100, weit über 100. Ich musste das mal auflisten. Wahnsinn. Du hast viele Ausstellungen gemacht und viele PR machst du. Und vor allen Dingen hast du von, was ich ja träume und meine einige Künstler auch, hast du in New York ausgestellt. Ja. Wie kamst du dazu? Erzähl doch mal, dass du nicht... Ja, ich habe auf Instagram Bilder gepostet, wie ich das immer mache. Das gehört ja mit dazu. Also heute als Künstler sich zu präsentieren, ist halt ganz wichtig für uns alle. Gute Bilder zu machen. Ja, es gibt so wahnsinnig tolle Künstler. Das stimmt, ja. Aber sich zu zeigen, zu präsentieren und immer wieder zu... dass die Leute nicht sehen können. Also wie gesagt, physisch in den Galerien, in verschiedenen Institutionen, aber eben halt auch online. Und auch online. Durch diese Präsentation im Online-Portal auf Instagram, also auf Facebook war ich schon immer, ist eine österreichische Galerie auf mich aufmerksam geworden und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in New York auszustellen. Das ist ja fantastisch. Und auch in Shanghai und wo die überall ihre Messen haben. Da war das ja noch aktuell, dass das mit den Messen funktionierte. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wage den Sprung und habe das gemacht. Das hat mir überhaupt nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Es hat mir sehr... Einen Sprung nach oben, muss ich sagen, ja. Also das war 2018. Und dann kam 2019 der nächste Sprung. Also jedes Jahr ist irgendwie was, was so total herausragend ist. Ja. 2019 war das mit Emelian Turbarie, wo du dann dieses Bild unglaublich gut versteigert hast. Ja. Sag nochmal, erzähl nochmal die Geschichte. Ja, sehr schön. Ich habe gesagt, toll. Ich habe mich sehr doll gefreut für dich. Ich habe auch ein tolles Video geschrieben dafür. Ja, danke. Ich habe gratuliert. Also dieses Video gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Ja. Also es ist so, dass ich eines meiner Herzensangelegenheiten ist, Dinge zu unterstützen, die mir wichtig sind. Ja. Und dazu gehört halt die Bildung für Nachhaltigkeit. Das komme ich auch immer wieder an. Ja. Also nachhaltige Dinge. Und dazu gehört eben halt unter anderem der Mensch natürlich an erster Stelle und die Umwelt, die Artenvielfalt. Und so ist es gekommen, dass ich für die Minaturgalerie für ein Projekt im Mosambik für den Brunnenbau ein Bild zur Verfügung gestellt habe. Ja. Es gibt ja alljährlich für Viva Con Aqua, die gehören ja zusammen. Viva Con Aqua. Also das geht über die Minaturgalerie und das Tochterunternehmen Viva Con Aqua oder ungedreht, das ist das, bevor ich das jetzt durcheinander bringe. Ja. Die brauchen Geld, um Menschen für Wasser, Menschen Wasser zur Verfügung zu stellen. Ja. Und unter anderem ist das eines meiner Hauptangelegenheiten. Und ja, dann wurde über Christie's, über die Auktion Christie's, das Bild für 8500 Euro versteigert. Und ich habe da gesessen und habe gezittert und habe gedacht, ich glaube das jetzt nicht. Ja. Und so konnte mein Werk einen sehr, sehr großen Teil dazu beitragen, dass eben halt der Bodenbau in Mosambik mit unterstützt wird. Ja. Also das ist zum Beispiel eines meiner Projekte. Projekte. Ich habe aber ganz viele andere noch. Artenschutz, Artenvielfalt, deshalb auch die Bilder. Ja. Und ja, so geht das immer weiter. Erzähl mal gleich von deinen Bildern. Und das ist ja, also richtig farbenfroh, bist du wie du ja auch. Ja. Ja, ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Ja. Erzähl mal zu deinem Bild. Wie kommst du jetzt auf diesen? Ja, also es gibt Motiv zum Beispiel. Ich habe letztes Jahr angefangen Serien zu malen, also in Serien. Ja. Das hilft mir immer auch mich an Projekte dann zu erinnern. Und eines dieser Bilder, das ist ganz neu jetzt. Also das letzte Bild zum Dezember 2020 entstanden. Das ist die Serie Charakterköpfe. Charakterköpfe, ja. Augen sind mal eine Spezialität. Augen sind mal eine Spezialität. Ja, auch bei den Tieren. Und die Nephotete ist eine der Charakterköpfe, die zu der Serie gehört, so wie Frida Kahlo oder viele andere Menschen Prominenten. Wunderschön. Ganz, ganz tolles Gesicht und die Augen hast du natürlich perfekt gemacht. Und die Lippen sind auch schön, richtig hübsch. Ich male sehr positiv und mir ist es wichtig, dass die Person und die Tiere immer als Individuen und als nicht unterdrücktes Kreatur dargestellt wird, sondern immer als, ja, also wie gesagt, als Individuum in seiner Stärke. So, das ist zum Beispiel bei dem. Bei dem, ja. Das kommt, boah, ja. Tolles Bild. Kommt sehr gut. Ich liebe ja die kalten Farbtöne. Ich liebe ja Blautöne in allen Varianten. Ja. Das sieht man natürlich auch. Auch Gold. Oh ja. Ja, herrlich. Ist das Acryl oder Acryl, ne? Ja, das ist das Trocknete. Ja, ganz hochwertige Acrylfarbe. Acrylfarbe, ja. Die ich verwende. Und das ist mir auch wichtig. Da sollte man auch nicht dran sparen. Ja, und mit ganz vielen verschiedenen Glänzen. Das glänzt auch toll, deswegen. Das glänzt ja fantastisch. Ganz hoch veredelt auch. Ja. Ja, das ist die Acrylfarbe von meiner Serie. Acrylfarbe. 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 Ja, Acrylfarbe. Da gibt es auch auf deinen Online-Pakalen. Ja. Die das Kunstkaffizite. Online-Galerie, ne? Online-Galerie. Ja. Da gibt es auch meine Werke zu sehen und da wird sie unter anderem auch dazu. Auch dazu. Okay. Ja. Ja, könnt ihr gerne dieses Art Gallery Online anschauen. Ja. Manuela. Ja, und dann natürlich wieder raus. Fantastisch. Ich habe erst letztes Jahr angefangen Pop-Art Bilder zu malen aus folgendem Grund, weil es mir dort leichter auch mal etwas darzustellen, was so ein bisschen mit einem Augenzwinkern ist. Das sind ja sehr ernste Themen. Und das wiederum, das ist jetzt das Cover der Vogue. Achso, ja. Ein Cover der Vogue. Und sie hat es als erste Frau auf das Cover der Vogue geschafft und deshalb zwinkert sie auch. Das ist meine Geschichte. Weil, ja, die Hochglanzmagazine transportieren halt eine Welt, die eigentlich nicht realistisch ist. Das stimmt. Und mir ist es wichtig, dass ich dann dazu etwas zeige, wo ich sage, Mensch Leute, guckt mal hin, was da eigentlich so passiert. Weil sie, ja, sie ist halt eine der tausend Frauen, die sich, das ist in Kleingeschrieben, die man auf den Seiten wiederfindet. Und deshalb ist es das Cover der Vogue. Fantastisch. Das ist der Hintergrund. Ich mache es mir da ganz so schicken. Vielleicht wird das ja auch gut. Naja, bis jetzt gibt es ja eigentlich nur Frauen, die dann ganz anders gekleidet dargestellt werden oder sehr dürr sind. Ja. Also das ist ja eine, wie gesagt, nicht realistische Welt. Und deshalb kommt auch sie aufs Talent. Auf sie. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu deiner Tierserie. Ja. Da hast du ja auch ein paar, habe ich gesehen, auch Jacken und so gedruckt und so, ne, mit diesem Tierserie. Ja, das ist, so wie du auch, ne, ja. Das ist meine, meine, meine Passion. Genau. Ja, fantastisch. Meine Passion, also das heißt meine, meine Tierserie, aber auch, es gibt auch Frauenporträts, die auf meiner Jackenserie, auf der Jackenserie, also eine limitierte Auflage, die seit letztem Jahr erhältlich ist und die gibt es auch in meinem Shop, aber kann man natürlich auch gerne in Lissi beziehen, wenn da Fragen sind. Genau, in Lissis Artgalerie kommt das jetzt auch. Die Jacken und so, jetzt haben wir erstmal die Bilder, aber jetzt kommt der Shop und dann kann man ja auch die Jacken und so auch. Genau, es gibt nur 100 Stück und jede Jacke unterstützt wieder die Biodiversity von Dirk Steffens. Das ist hier in Hamburg eine Stiftung. Auch wieder. Auch wieder. Ja, nachhaltig. Nachhaltig, also sehr schön, kombiniert. Aber nochmal zu meinen Tieren. Ja, das ist der Golden Eagle, der hat... Ich habe es ja dringend geguckt. Ja, der Golden Eagle. Genau, ich habe letztes Jahr viele Bilder in die USA verkauft und dadurch kamen halt USA, Saudi-Arabien und wo sie überall hingegangen sind, Texas, dann natürlich USA. Und dadurch habe ich gedacht, ich male jetzt mal einen Golden Eagle, aber er gehört halt einfach auch, Weißkopfseeadler, einen Golden Eagle, zu den bedrohten Tierarten oder zu den geschützten Tierarten, muss man einfach sagen. Von daher, ja, ein majestätisches Tier. Ja, toll. Und hier ist auch die Augen ganz toll. Ja, die haben immer alle die Seele. Ich habe von einem Künstler gehört, dass die Augen sehr, sehr schwer zu malen sind. Das ist wirklich so, wenn du ein Porträt machst und so malst, die Augen sind am schwersten. Mit Ohren und Händen. Genau, um diesen Ausdruck rauszukriegen. Aber bei der ist es ja wirklich toll gelungen, muss ich sagen. Also hier kommt das gut und da und natürlich bei der Aprodite, ne? Ja. Das finde ich wirklich. Also bei der Aprodite ist es auch fantastisch. Das ist mir aber auch wichtig. Und das sagen auch viele meiner Kunden, dass sie sagen, Mensch, man hat das Gefühl, das Bild hat eine Seele. Ja. Und das ist mir wichtig. Ja, toll. Ich freue mich richtig, wenn wir mal eine Ausstellung mit dir hatten. Ja, ich auch. Ich hoffe, das kriegen wir dieses Wort. Ja, ich hoffe, das ist auch eine sehr. Ja, das wäre so toll. Fantastisch. Hast du denn einen Künstler, den du bewunderst? Also hast du einen Lieblingskünstler? Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Du hast einen eigenen Stil sozusagen. Ja, aber den konnte ich ja finden, den konnte ich ja arbeiten, dadurch, dass ich viel gelernt habe. Ja. Das war mein Glück. Ich mag viele Künstler gerne und ich finde auch viele Kunst, wie ich mittlerweile ist es so, dass ich mir sehr mehr Kunst kaufe von anderen Künstlern dazu. Bist du auch Sammlerin geworden. Ja, ich gehe in die Sammler. Ich habe ja auch über 500 Bilder von meinen Künstlern, die ich ausgestellt habe. Ich habe vorher schon gesammelt und wir haben auch zu Hause, da habe ich sowieso keinen Platz. Also wir haben wirklich, also ich bin auch so Kunstsammlerin geworden. Ja, ich habe gedacht so. Meine Leidenschaft. Das ist auch was Tolles. Also gerade auch Dinge, die meine Bilder ergänzen oder auch Skulpturen. Und das fange ich jetzt so langsam mit an und schaue mal. Also das mache ich auch. Ja. Also von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das alles so weiterentwickelt. Also ich hoffe eben halt gerne auch mal was von anderen. Auch was anderen. Ja, na klar, warum nicht? Das finde ich super. Das ist ja, ja, ergänzt ist ja noch, ist ja auch was, klar, ist eine Sammlung für dich. Ja, oder auch Kunst interessiert. Oder auch ein totales Gegenstück zu meinen. Das mag ich auch. Das finde ich auch spannend. Ja. Also von daher, man muss nicht immer nur mit seiner eigenen Kunst schlücken. Es gibt ja viele andere tolle Sachen. Ja, klar. Was ist deine Message von deinen Bildern? Was, wen möchtest du erreichen? Was ist, hast du eine Message jetzt mit deinen Bildern? Ja. Also für unsere, ja, genau. Für uns Interessierte. Meine Message ist zunächst einmal, dass ich mit meinen Bildern berühren möchte. Ich möchte, dass die Menschen drauf schauen und ich freue mich halt, wenn das Gefühle weckt, Emotionen. Und was mir aber besonders wichtig ist, deshalb eben halt auch vielfach diese Nachhaltigkeitsthemen, dass ich mit meinen Bildern aufrüttel und dass die Menschen nachdenklich werden. Ich bin nicht derjenige, der so mit dem Finger drauf zeigt und sagt, das muss, deshalb sind meine Bilder nie brutal oder nie so krass, sondern immer positiv gestimmt. Und ich denke, dass das Positive, farbig, sehr farbig, dass dieses Positive mehr bewirkt als etwas Negatives. Ja, klar. Das ist meine Einstellung dazu. Ich bin halt einfach auch so, ich bin im Leben dahin gekommen, weil ich immer wieder voran, voran mich an Dinge orientiert habe, die mich nach vorne gebracht haben. Sehr gut. Ganz toll. Ja. Was ist denn, was hast du dir vorgenommen für 2021? Oh! Was ist dein Traum? Ah, ja, also mein Traum ist, ich habe tatsächlich einen Traum, ich möchte unbedingt gerne mal nach Paris mit meinen Bildern. Ausstellen. Ausstellen, gerne. Okay, letztes Mal hatten wir New York. Ja. Als Wunsch. Genau, jetzt ist Paris. Grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass ich gerne noch weiter international ausstellen möchte und auch international mich zeigen möchte. Das hat sich ja im letzten Jahr eben halt immer wieder weiterentwickelt und von daher hoffe ich, dass wenn wir wieder reisen dürfen, dass dann auch mal andere Länder gemeinsam mit meinen Bildern, weil ich finde das so schön, weil mich inspiriert sowas auch, so, die Städte inspirieren mich, die Farben der Städte, die Architektur, es sind alles Dinge. Genau, da kamst du wieder auf andere Ideen, was du meinst und so, ne? Das sind alles Dinge, die mich interessieren. Das möchtest du dies. Ja, also von daher schauen wir mal, natürlich noch weiter, mich etablieren, aber vieles läuft mittlerweile auch von alleine, sag ich mal, dank der jahrelangen Arbeit an dem Ding. Das ist schon schön. Das ist ein tolles Geschäft. Welchen international Erfolg möchtest du eigentlich haben? Ja. Ja, wunderbar. Aber du bist ja im besten Weg. Ja, das läuft super. Du bist ja so im besten Weg und ich habe also gemerkt, also du hast ja gar nicht, gut, außer Ausstellung, sonst hast du mit Corona letztes Jahr 2020 keine großen Einschränkungen. Ganz im Gegenteil. Schon gehabt, aber Erfolg trotzdem, ne? Hast du gehabt? Erzähl mal. Also, ja, 2020, unser Corona-Jahr. Also für mich war 2020 ein, ich mag das immer gar nicht sagen, weil so viele Menschen immer so negativ eingestellt sind und dann denke ich immer so, oh, sag bloß nichts. Weil für mich war 2020 super. Ich bin sowieso jemand, der, wir leben ja sehr dörflich und mein Atelier ist auch an meinem Haus dran. Ja. Ich brauche meine Ruhe, wenn ich arbeite. Das ist wichtig, ja. Ich bin jetzt, ich genieße das jetzt mal in Hamburg zu sein, also auch hier so durchzufahren und so den Flair mitzunehmen, aber ich bin auch froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Insofern, für mich hat sich nicht viel geändert, ganz im Gegenteil, es ist so, dass diese Dinge, die sowieso schon auf den Weg gebracht wurden, die haben sich letztes Jahr so manifestiert. Ich habe so unzählig viele Bilder verkauft. Fantastisch. Und es sind auch viele auf mich zugekommen, die dann gar nicht noch weiter Galerien oder was auch immer, wo ich nie mit gerechnet habe. Und das ist natürlich ein tolles Geschenk. Und von daher, ja. Ja, das haben wir auch erlebt, also dadurch, dass wir natürlich, okay, zu hatten, haben wir uns ja eine Online-Galerie gemacht, wo du ja auch vertreten wirst. Und auf einmal haben wir wirklich außerhalb Hamburg auch verkauft und Erfolg gehabt. Und von Wien bis Oslo bis England haben wir wirklich Bilder verkauft von den Künstlern. Normalerweise ist es natürlich so, wenn die Kunstinteressierten zu uns kommen, war das natürlich schon ein bisschen Hamburger Publikum. Aber jetzt durch diese Online sind wir natürlich auch internationaler geworden. Und das war auch immer so mein Wunsch, dass ich die Hamburger Künstler, meine Künstler außerhalb der Galerie auch mal präsentieren kann, internationaler machen kann. Und die Anerkennung, was die bekommen, dass sie das auch wirklich anerkennt werden und dass sie auch weiter malen können, dass sie auch diesen Antrieb wieder bekommen. Ja, okay, ich habe nach England verkauft, nach Wien verkauft, nach Oslo und das ist natürlich auch ein ganz guter Antrieb wieder für die Künstler. Und wir haben wirklich, muss ich sagen, gut, natürlich viele Einschränkungen gehabt durch Events und so, aber trotzdem erfolgreich war das doch für uns. Wir sind ja natürlich kreativ, dadurch machen wir natürlich jetzt auch unsere Online und YouTube und so. Und das ist natürlich so, man muss immer kreativ bleiben, Leute. Künstler, immer aktiv, aktiv, kreativ. Und das Beste draus machen, es ist natürlich wirklich schwer und das ist für viele sehr, sehr schwer, aber es geht. Bleibt dran, nicht auf. Wir schaffen das. Ja, ich habe Nessi noch ein Buch mitgebracht, da kann man auch meine Werke drin anschauen und es gibt jetzt im Frühjahr ein neues Buch von mir. Das ist immer, wenn ein Kunde ein Werk bestellt, also ein Unikat, dann bekommt er dieses Buch geschenkt. Oh, finde ich fantastisch. Tolle Idee. Ja. Also. Tolle Idee. Das bleibt hier bei Nessi. Genau. Das bleibt bei uns. Du hast die Jacken noch ganz toll mitgebracht. Ja, also es gibt die Jacken auch gerne über Nessi. Ja. In verschiedenen Größen, immer mit einem Wunschmotiv. Die kann man sich im Shop dann aussuchen. Toll. Und das ist das Bild Vincent. Ja. Und dann gibt es aber auch noch andere Motiv. Ein bisschen zu groß, glaube ich, sonst kann ich mal anprobieren. Ja, die ist ein bisschen zu groß, aber du kannst sie mal anprobieren. Aber ich habe auch kleine Größen, Nessi. Hast du auch kleine Größen? Ja, ich habe auch kleine Größen. Dann. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich helfe dir mal. Ich probiere mal eins. Das ist ein bisschen sehr groß. Lass mal gucken. Ja, okay. Ja. Aber guck mal. Das Motiv ist wichtig. Ja, das Motiv. Und dann kannst du die Ärmel umkrempeln. Das Motiv ist wichtig. Das finde ich schön. So. Aber du kannst es auch tragen. Das ist Fashion. Ja, ich mag auch solche Jacken. Ja, also privat und so. Wenn ich mit meinem unterwegs bin, schicke ich dir noch mal eins zu. Ja, gerne. Hier, mit Aphrodite. Das mag ich sehr gerne, wenn du was. Ja, gerne. Das mag ich sehr gerne. Also, die kann ich jetzt entwerfen lassen. Das ist dann das neue Motiv. Ja, ich mag sie sehr gerne. Genau, die kosten offiziell 490 Euro und von daher, ja, gibt nur 100 Stück davon und dann sind sie weg. Limitierte Auflage. Limitierte Auflage. Fantastisch. Jetzt haben wir nochmal Modeshow gemacht. Ja, auch ein Herzensprojekt, ne? Auch ein Herzensprojekt, ja. Machen wir nächstes Mal und dieses Jahr Modeshow mit einer Ausstellung. Wäre toll, ne? Wäre toll. Machen wir gerne. Ja, herzlichen Dank, Manuela. Ja, Nessi, danke für die Einladung. Das ist toll, was du bist, dass wir so eine Ausstellung haben. Ja, dass wir eine schöne Zeit zusammen hatten. Freue ich mich auch. Und, ja, also auf alle Fälle kreativ, ganz toll. Also, ich wünsche dir natürlich viel Glück, viel Erfolg weiterhin, dass du international wärst, ne? Das wirst du schon schaffen. Ja, ist ja schon. Also, wie gesagt, es waren ja schon viele Verkaufungen. Du bist ja auch bei uns in der Online-Galerie, wir werden ja auch langsam international, wie gesagt. Also, vielen Dank, dass ich dabei bin. Ja, danke dir auch. Das ist immer ganz wichtig, dass wir Künstler uns auch mehrfach präsentieren dürfen. Ja. Das ist wichtig für unser Gesehenwaren. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich unterstütze das. Für mich ist das, wie gesagt, wichtig, dass meine Künstler wirklich gesehen werden und dass sie Erfolg haben, dass sie sich zeigen, dass sie auch trotz Corona-Zeit einfach kreativ bleiben und weitermachen. Das ist wirklich so mein Message und ich unterstütze das gerne. Ich wünsche sehr, dass ihr alle unseren YouTube-Kanal natürlich abonnieren und regelmäßig schauen, was da drin ist. Auch so andere Messagen, was in der Vergangenheit war, ja natürlich so mit 100, 200 Leuten war hier immer viel los. Aber so ist es halt unsere Corona-Zeit. Aber es kommt wieder. Wir machen das Beste draus. Und ja, bleibt positiv, denkt kreativ und bleibt alle gesund. Wir schaffen das. Eure Nisi. Dankeschön. Tschüss. Danke. Vielen Dank.